Boah, wurde ich dann enttäuscht. Ich habe doch keine Ahnung von zu haben. Ich habe mir die falsche Baut halt. Naja, aber genau Ahnung, das ist schon richtig. Ja, ich denke auch, das ist ja. Ich habe auch lange überlegt, aber wenn die Schüsse kommen, das sieht dann wahrscheinlich der Weisheit letzter Schuss sein wird. Ja, das ist doch. Ist das aber auch, ja. Äh, jei. Wem habt ihr landet? Ich glaube nicht. Ach ja, ihr schießt einer mit dem Raketenmapper einfach mal rüber. Tötet mich fast, geil. Aber sonst geht es dir gut, oder was? Vom Sushi-Haus. Ach, leck Quatsch, hör auf. So viel Schaden macht das Ding doch nicht. Doch, wirklich, ich war fast tot. War auf jeden Fall Shield-Break. Du hast doch selber deine Wand geschossen. Nein, ich clip das jetzt, um den Beweis jetzt für euch zu liefern. So, zack. Der Schick geht dann nachher gleich rum. Ja, wahrscheinlich hat der den... Das geht viral, das Video. Das geht viral. Und dann sind wir Fan. So, du reichst ja fast, Sven, doch. Hm, ja. Draußen ist noch ne Box. Hier landet einer. Hier landet einer. Geh mal hier hinten, nur wegen der Welt, guck mal. Geh mal da, hier liegt immer Geld. 10.000 für 15.000. Ah, jetzt haben wir nochел, dein Grab kommt. Ich, ja, jetzt hab' die 30, ja. Er geht zurück zum Schöpf. Jo. Ich bin froh. 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 jetzt leise sprechen dann zum alterhaus mal zur abwechslung anstatt zum crazy der heli ist ja genau wegen dem bastard crazyhaus ist geil der heli das mal wieder wenn der zerstört wird und so viele liegen jetzt doch richtig geguckt immer da mal das mal abrufen sicher die feiern sich super einer seite schon weg zugriff da können wir so sterben hier was da ich gehe jetzt geschossen ein dauer in aus dem dach wie kommt noch in erin robert schild brake mit der selbst da wo geld markiert ist der liegt da irgendwo noch innen von der natur oder tritt sie auch im dvd ich mache der finnisch robert lachmann ist immer am besten nach wie vor wo in das bei dem der hängt auf jeden fall um die damalisküste hier holt hinter uns kommt so noch robert crazy haus und die affen aber im container einer noch oder sein und noch zwei angezeigt doch so ein schwachsinn er kann mich gar nicht mehr zwei leute noch einer hinterher mal sehen wie er mit der epi 7 doch nicht aus der entfernung genau was das ist ja der größte schwachsinn ever also dieses spiel ist einfach nur doch deine mutter in die nicht man dreht sich doch mal ich mag die waffen aber irgendwie ist die ich weiß nicht die gegner ich weiß nicht du affe ich hab euch scheiß Mistmate da noch geholt bei dem Affenbengel vor der fresse gehabt ich hab den grummi gesehen, den bastard in der stone ich hab halt keine platz mehr kann nicht viel machen down man stirb jetzt hier naja, der leise franzose ob wir alle tot jetzt hier einer könnte hier noch sein gibt noch eine goldene maske bei mir stecker ins Raum haben die irgendwie Waffen oder sowas dabei gehabt oder mit was haben die gekämpft die hab ich mir genommen guck mal der Liga war alles gut ich hab keine MP mehr oh ja perfekt äh ne Muni Kiste ja eine Muni eine Muni das ist schluss schluss rocker achso 810 Dollar aber vielleicht gibt dir was ganz gut kurz zu spät gesehen oh die kommen die sind hier oben auf Müge schon hab nicht so frist raus ich hab noch ein prezi geholt und eine plattenkiste hier nochmal kannst du noch ein bisschen Geld ablegen Robert? ja 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 die sind doch hier oben oder? ich will mach mal eine Drohne an den Kapppailer ja das ist gar nichts wir wollen ja du scheiß Drecke wir müssen von hoch jetzt erst mal ja genau das ist richtig ja genau das ist richtig wir freuen uns auch hier unten ja ich schieße schon mal uns und der liegt an deinem Stein na halt der ist f*** krasse tot einer also K.O dann Sani ziemlich schnell schaffst du das noch hier um die Ecke? ach ne jetzt hab ich hier verrutscht kannst du mal probieren ne? ja er setzt sich erstmal die Maske in alle Seelen ja ja ich drück gleich ich drück gleich das ist völlig echt dumm hier Eck ey ne ey wo Beach Club hat glaube ich auch schon eh nachgeschossen ich brauch irgendwas auf Distanz ey ich hab hier nur so ne Wichswaffe muss da hier irgendwas drin sein nach unten unter Drohne oh wird weit ey na komm wird ja fast durchs Wasser gehen ey wird ja fast durchs Wasser gehen ey ich muss das in den Mann machen da hier ist nochmal ne Maske MP7 liegt hier nur rum bei Waffen kann man das nicht abbrechen? ich hab hier ein bisschen abgedeckt ach ihr seid da hinten ich hab hier ein bisschen abgedeckt mente ich hab hier ein bisschen abgedeckt nimmst nicht abgedeckt genau weil ein bisschen abgedeckt ich hab hier ein bisschen abgedeckt ich hab hier ein bisschen abgedeckt ist doch deine mutter in den arsch mann du dumme hurenmütte mann wie haben die denn rauf mann in den bäscher Na klar, das sieht man klar. An den Sonar. Fick den da links da aus. Der Rest hat sich glaube ich gewohnt links, Vorsicht. Damit der P-Kant vor sich schießen, ja? Du kannst nur schlagen. Du kannst den schlagen, ja genau, sehr gut. Du kannst hochkommen und schießen. Was? Ey. Zu weit weg, glaube ich nicht. Zu weit weg, glaube ich nicht. Zu weit weg, war trotzdem ärgerlich. Mach! Ach, schaffe ich nicht mehr. Gehst du nicht mehr? Hä? Das war doch schon die Grenze. Ich war doch schon... Video Referee. Video Referee, wie bitte? Also das sah wirklich so aus wie die Grenze eigentlich. Da will ich mal mit den VLA sehen. Konstanz und Zweifeln. Ich stecke auch in Zweifeln. Oh, ich bin aufgeregt. Der kann mir jetzt auf den Fahrzeugskin holen, Pascal. Nein. Dritter Platz wieder. Oh Gott, ey, nee. Geil. Weil du halt nicht so in einem Klatsch fähig bist. Nee, bin ich nicht. Da lässt sich ja nicht anzünden in so einer Situation. Das ist aber richtig. Nee. Nee. Es ist zu lang, die Zünschen. Das ist einfach nicht. Bringt der da? Bringt der Sprunke nicht über? Der Unke springt nicht über, nee. Friedhelm, Friedhelm Funke. Ja. 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 Ja.